Achtung! Der arme Typ! Die sollten hier weg, glaube ich. Ja, jetzt sollen wir raus. Das ist ein leichtes Ziel. Gut. Ich habe dem Abraham wieder nur einen RPG reinjagen können und dann holt der mich. Das kommt so an. Ich mache mir so viel Damage. Auch mit dem MG oben drauf. Das MG macht so viel Schaden. Ja, dann spawnen. So, B, C, Hammer, B, B, B. Ja, das habe ich ja gerade schon erobert gehabt. Aber dann kam dieser Abraham, hat alle getötet und hat sich im Alleingang wieder zurückerobert. Da ist irgendwo einer direkt vor uns. Ja. Ja! Ich habe ihn geholt. 6%. Bleib pinst du mir. Von da drüben bleibt mich einer. Wo? Und von da drüben kommt wieder ein Abraham und ich bin tot. Oh. Der Typ, der mich gerade getötet hat, mit einem Abraham hat einen 9er Killstreak. Da kommt einer mit runter. Oh, scheiße. 10er Killstreak. Jetzt ist er fertig. Okay. Fertig. Es kann doch so nichts werden. Oh, ich wurde gemessert. Scheiße. Da oben hockt einer auf dem Rohr. Ich muss erstmal mit ihr wieder spawnen können. Shit. 2, 1. Bin da. 1, bitte. What the fuck. Erstmal Munition hingelegt. Wir müssen zu flankieren, sonst kommen wir nicht vorwärts hier. Ja, deswegen rein nicht zu B rein. Ja, seitlich. Da habe ich auch gemein. Flankieren seitlich nicht zu holen. Ach, da war noch einer. Da war noch einer. Ich habe ihn zu spät gesehen. Scheiße. Ich wurde gehett shotet. Markus, was tust du? Hast du wiederbelebung? Ja. Ich habe doppelt hier gemacht. Ich bin nicht mehr sorry. Ja, okay. Ich musste die Gegner killen. Ja, jetzt hat er mich von hinten gemessert. Echt? Ja. Ja, mach mal wieder Belebung. Jo, genau. Jo. 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 Gott, danke. Das ist 5.000 mal, ey. Komm, wir holen uns wieder. Ja, Muni. Ja, Muni. Muni ist immer gut. Muni ist immer gut. Jetzt am besten hoch, weil jetzt kommen die ganzen Panzer. Das ist geschickt, da irgendwo oben zu sein. Jupp. Jetzt verlieren wir schon wieder. Den Ziel geht immer hier drinnen. Alter, ich bin fast tot. Ich habe einen, ich habe einen Visier. Der direkt hinter dir. Der hat uns beide einfach geheadshotet. Ja, einfach. Hinter uns? Wo? Nee, du warst woanders. Der ist bei uns oben gewesen. Doch, da hat mich. Scheiße. Komm, wie lange braucht ihr noch? Wo? 3, gut. What the fuck? Von hinten. Ja, ich bin auch von hinten. Was? Ganz ehrlich mit der Spaß, Junge. Ja, man hat das Spaß, ey. Die Spaß ist einfach eine Schnellfeuerkampf. Mah, fuck. Kann ja wohl jeder. Kommt sehr schnell. Ah, Mann. Alte, wir verkackten. Das ist auch noch übelst. Äh, eben. Weil ich nicht da war. Ja, nur war unser bestes Quad kurz nicht vertreten, weil wir sind echt Platz 1, 2 und 3. Echt? Ja. 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 Und die haben schon wieder Zeh, wir kriegen die immer Zeh. Ja, das ist ziemlich scheiße. So, ich hab ihn gekriegt. Ja. Warum explodiert hier alles? Weil er ein Panzer ist. Ja, und dann macht den Panzer weg, es soll nicht alles explodieren. Du sagst ein Panzer, nicht uns. Das Gegner. Hast du ihn? Ja, genau. Das Zweite. Ich bin tot. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Direkt weit weg ist. Einer von oben hinter euch. Ja, da oben. Kill die doch. Ich sehe nichts. Der war über dir auf der Treppe, ich bin bei dir Futur. Ja, ich geh grad die Treppe hoch, eins über mir. Ja, der war genau eins drüber. Ich bin jetzt oben drauf. Da waren zwei, da waren zwei Mann, da waren zwei. Du kriegst Munition im Moment. Hier. Atom-ID. Haben wir, haben wir, haben wir. Alter, wie wir den zugespampt haben. Wollt der Atom dahinten. Jetzt hier, jetzt halten wir den Scheiß. Da ist ein Panzer. Da kommt einer, da kommt einer weg. Das sind Fußsoldaten. Oh ja, der ist da oben. Der Scheiß Dreibein aufstellen ist so behindert. Bin fast tot, Markus. Das sind welche, das sind welche, das sind welche. Markus, ich 15. Oh, ich hab, ich hab, äh, ich hab, äh, Brutto, leg mal Muni, bitte. Muni, hier. Ich hab keine Muni mehr. Oh, 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 ich hab keine Muni mehr. Oh, oh, ich hab kein Leben mehr. Weg. Weg. Wie haben wir? Oh Gott, 146 zu 191. Ich glaube, wir haben schon wieder nur zwei Punkte und die haben drei, äh, die haben zwei und wir nur einen Entsuchen. Ja, das sollte man mal vorwärts. Ja. Kommt keiner mehr. Kommt keiner mehr. Da bin ich wieder dieser Mega-Panzerrasch und da drüben hocken ist er wieder. Ich bin schon wieder halbtot. Ja. Boah. Bleib hier bis, wenn er da ist. Mach das hier. Äh, komm zu uns zum Haus rein. Das Haus ist safe. Das ist dick. Achtung. Der arme Typ. Die sollten hier weg, glaub ich. Ja, jetzt sollen wir raus. Ist ein leichtes Tier. Einmal kannst du es machen, aber danach ist es scheiße. Ja. Da, Achtung auf der Straße, es sind voll viele. Einen hab ich. Da drüben sind nochmal zwei. Ja, das sind die Anipanzer. Hab ich. Ich bauch. Ich bauch. Im Haus, im Haus. Im Haus. Marcus, trocken. Ja, ich brauche drauf. Einfach trocken, drück doch drei. Vorhin du drei drückst, dann droppt der automatisch weg. Oh! Da sind zwei scheiße. Oh! Das ist das... Beide ein Alk... Alle, 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 alle! Die LKW wählen! Der LKW, okay, Marcus holt ihr ihn. Ja, die hocken da immer noch. Hab einen. Ich hab auch einen. Oh! Oh, Panzer fuck! Hiling, hiling, hiling! Der Panzer hinter uns. ahm ist jetzt kommt noch ein Sniper er hat den Panzer einmal getroffen Alka es hätte dir der Typ mehr er kann ich nichts machen der Panzer war auch dann hatte meine Richtung ist jetzt gleich aufgestanden welcher auf Tod und auch zu sehen und vorwärts scheiße 109 Uhr wir verlieren auch aus der Welt abkriegen kommen noch mal und halten können mit der Halle wir müssen beherrschen wir müssen A und B A und C halten das ist wichtiger ja lieber B und C das ist einfacher A und C ist scheiße nein dann könnt ihr B und C halten weil dann können sie nur aus einer Richtung kommen man nur jo sis Treffi nicht, ich hab daneben geschossen und ich hab schon wieder gesnipet von hinten es kann alles nicht sein Markus obst du bitte umst du da kommen wo ist der Typ oder ein wasser wieder mehr wie wir jetzt sehen wir mehr das Ausgleich ach ich bin durch Jungs wenn man die Projekte links ooo 2 Stück links oben links oben oben auf der 3d ding ok footer ich waren bei dir 3 1 oh fuck ich konnte einen holen ich bin safe hier ach du scheiße na fuck Achtung da ist einer ja ich weiß ich hab aber verschossen hab ihn jetzt ist er tot du wirst ihn mit der Rex holen ich bin oben ja es sind wieder mindestens genauso viele da wie wir oh shit wir auch mit nach oben nein bleib unten bei so oft da oben musst du hinlegen da ist irgendwo einer oh ne 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 da bringt ihn hinlegen auch nicht die sind genau gegenüber im Haus auch da oben also und Markus droppen ich bin tot direkt hinter dir alle alle tot nix von dir Abraham und Leute alle tot C wir verlieren C ja C spawnen oh man wir haben nur noch C ja ja ok jetzt verlieren wir es ja wir verlieren sowieso ja aber ein richtig gutes Spiel jetzt von uns am Schluss ja wir sind allgemein gut du hast ich hab 12.000 du hast 12.000 mal gesagt 12.000 aber zum schluss bin ich jetzt extrem negativ geworden 7 negativ seitdem ich Waffe gewechselt habe 39 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 8 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 10 10 10 11 10 11 11 11 11 11 12 11 12 12 13 15 14 15 15 15 gemeint ablegen am Mann wie ich jetzt verpackt zum Schluss warum muss ich jetzt zum Schluss noch so verpackt wo schön von mir her gelaufen ist er ein bisschen haben nö du bist schon an der Welt Scheiße es nur im Arsch haben mich gesehen Telefonflug mal scheiße über da wenig habe ich habe ihn ich komme mit ihrem Haus ab es ist da Markus Medi und telefoniert ne der telefoniert nicht aber jetzt geklingelt habe ich getrückt meine Eltern wünschen rangehen Prozent gut ist raus da ist er ich habe ihn oder hatte das der nächste wir gewisse keine Chance gehabt haben da ist die Truss ja ich weiß auch von wo okay mann du Arsch hast mich überholt mit gleiche Punktzahl wer wir beide Markus oder was ja Markus hat die gleiche Punktzahl wie ich 12.999 fuck Alter wie ich jetzt ablost aber schon wieder das Flaggen bekommen da rennt einer direkt vor dir ich habe ihn jetzt kann ich sagen dass Markus vor mir ist leg mal bitte den Muni her ach so sag doch was ich gehe langsam alle mit allem RPG und alles geht bei mir gerade leer ja wir haben verloren aber wir haben unser bestes gegeben und kann auch B noch E wie lange gegen Armeen behalten wer ist erster wer ist erster wer ist erster wer aber richtig geile Runde von allen von uns muss ich sagen jetzt gucken wir uns mal die Weapons an ja unser Squad war einfach A-Squad ich bin Pionierlevel abgegangen da habe ich ja die A91 bekommen also ich muss sagen wenn ich die Waffe jetzt mit Visier bekomme ist die glaube ich ziemlich geil wir sind über eine Stunde aufgenommen ja hast du noch viele Folgen ja ist gelangt ich glaube bei mir wird es nicht mal fertig bis es alles durch ist haben wir die Zeit ja doch das wird schon gekürzt also ich bin jetzt fertig an der Stelle naja ok ich auch also ich verabschiede mich auch von dieser Stelle hier und bis zum nächsten Mal hoffe ich war noch eine geile Runde das ist richtig geil gewesen war eine geile Runde und ich würde sagen damit sehen wir uns beim nächsten Mal tschau tschau